Ich hatte ne... Was denn für ein nächstes Mal? Es gibt kein nächstes Mal, es gibt nur noch jetzt. Wow, Sie werden deine Scheibe abschneiden. Darf ich diese positiven Erfahrungen in den asozialen Netzwerken teilen? Natürlich. Darf ich auch Ihren Laden erwähnen? Der sieht gut aus, die Einrichtung gefällt mir. Danke, danke, bitte, gerne. Oh man. So, ich schneide jetzt hier mal was ab. Wow, Sie haben ein Herz ganz butterweich gemacht mit dieser kleinen Scheibe. Ja man, das möchte ich. Steig. Wie heißt dieser Kuchen? Der obere ist ein Croissant-Kirche. Ich habe nicht erlebt. Wenn ich nächstes Mal hier bin, möchte ich den gerne probieren. Kann man noch mitnehmen? Na klar. Warum warte ich denn auf das schöne Leben? Das ist doch schön hier. Ich möchte bitte ein Stück von diesem Croissant-Käsekuchen-Superschlotz. Ja. Natürlich. Meinst du, ich verarsch sie? Miep, miep. Dieser kleine... Dieses kleine Mobil ist so sexy, ich möchte es kaufen. Miep, miep. Die Jungs werden die Situation mit Bravour meistern. Was denn sonst? Der Bierwagen hat Vorfahrt. Das ist doch klar, Onkel. Wie der in der Abendsonne glänzt, Onkel. Sie sind so ahnungslos mit dem kleinen Röckchen. Leben ganz schön gefährlich. Aber egal. Du wirst halt als Hooligan. Onkel, Onkel.